Wir sind heute hier um und Bummeister. Wir müssen jetzt die Samen holen. Dazu einfach hier einen Stein entfernen, der vorsteht und dann kommt der genau hin. So, und dann habt ihr den Samen hier oben, eins von eins. Dann kommt der auch wieder genauso zurück. Wie gesagt, den Stein hier müsst ihr vorher entfernen. Und das war's. Und das war's.